Bürger, die rund um die Papier- und Kartonfabrik Farel wohnen, beschweren sich zunehmend über die Geruchs- und Lärmbelästigung der Anlage. Die Papier- und Kartonfabrik bestätigte, dass es aufgrund von technischen Schwierigkeiten an den neuen Papiermaschinen auch zu Geruchsproblemen gekommen sei. Das Unternehmen stelle sich aber allen Auswirkungen hinsichtlich Geruch und Lärm. Ganz ohne Gerüche wird es aber nicht gehen. Die Papier- und Kartonfabrik fordert die Anwohner zur Zusammenarbeit auf. Wenn es stinkt, sollen die Bürger möglichst noch am selben Tag in der Kartonfabrik anrufen. Dann könne der Ursache auf den Grund gegangen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017